Vor allem die amerikanischen Aktienmärkte sagen sich Inflation, welche Inflation, wir hören nichts, wir sehen nichts, wir sprechen nicht drüber und schon wird alles gut. Man wettet also faktisch darauf, dass sich diese ganze Problematik mit Lieferketten, Engpässen, Materialmangel, explodierenden Energiepreisen schon irgendwie erledigen wird. Und okay, man muss natürlich ganz klar sagen, die Aktienmärkte hatten damals im Frühjahr 2020 recht, dass da irgendwie eine Erholung kommen wird, auch der Wirtschaft, dann durch den Impfstoff. Aber jetzt hat man eben eine Wette, die sehr, sehr groß ist und die funktionieren muss, weil wenn das nicht passiert, dann muss man ein bisschen sich umpositionieren und zwar sehr heftig umpositionieren, Wenn also diese Lieferkettenproblematik, Materialmangel, absolut inflationäre Energiepreise nicht irgendwie bald verschwinden, dann ist man möglicherweise gezwungen, hier komplett eine Geschichte umzudrehen, die angesichts der Masse von Leuten, die im selben Boot sitzen, auf derselben Seite des Boots sitzen, schwer zu drehen sein wird, ohne dass da wirklich viele kennt. Dann schauen wir uns die ganze Geschichte mal an, zum Beispiel der gestrige Handelstag, dünnstes Volumen, by the way, im Oktober, was wir gestern hatten vom Handelsvolumen her, Dow Jones leicht negativ, vor allem der Nasdaq, der ist der nach oben gegangen, Nasdaq 101% nach oben, der S&P 500, der Marktbreiteindex 0,34%, Nasdaq 100, wer ist da drin? Da sind die großen Tech-Werte drin, da ist eine Tesla drin, da ist eine Apple drin, das sind also die Schwergewichte, die gestern wieder die Märkte gezogen haben. Und die Grundfrage stellt sich eben, ja, irren die Aktienmärkte, denn wir sehen ja ganz klar doch eine Klufte zwischen Wirtschaft und den Finanzmärkten. Wir sehen die Wall State weiter nach oben gehen, auf der anderen Seite sehen wir viele Zeichen für eine Abschwächung der Wirtschaft, eben, weil viele Dinge nicht mehr produziert und verkauft werden können, weil Bänder stillstehen etc. Und jetzt ist eben die Wette, wie gesagt, da, dass man sich sagt, ja, also das werden wir schon irgendwie wieder in den Griff kriegen, wie wir damals auch Corona irgendwo ein bisschen in den Griff gekriegt haben, zumindest die Wirtschaft hat das ja bisher geschafft. Und diese Wette, das ist ein Artikel meines Kollegen Wolfgang Müller, die läuft derzeit und das ist eine sehr gigantisch große Wette, muss man sagen. Auch zum Beispiel in Einzelbeispielen wie jetzt der Tesla, hier sehen wir, Tesla hat eine Marktkapitalisierung von 844 Milliarden Dollar. Die Aktie ja im Höhenrausche derzeit, alle anderen Autobauer zusammen haben etwas weniger, nämlich 827 Milliarden, angeführt von Toyota und Volkswagen. Jetzt könnte man sagen, ja, okay, das ist ja eben die Zukunft schlechthin und Kathy Wood meint das auch. Meine zweitbeste Freundin von ARK, wie Sie sicher wissen, da glaubt sie in einem Gespräch mit der Saxo Bank, dass 25 Prozent aller Autoverkäufe Teslas sein werden. Also das ist ja jetzt schon greifbar, nicht? Ich stelle ja immer die Frage, wann haben Sie zuletzt ein Auto gesehen, das kein Tesla war auf der Straße, meine Damen und Herren, und sehen Sie, da müssen Sie schon ganz weit in Ihr Gehirn zurückforschen, bis Sie da vielleicht einmal einen Volkswagen gesehen haben auf der Straße. Also das ist aber schon lange her, 1970er Jahre oder sowas, sonst ja nur Tesla. Jedenfalls sehen wir, dass Tesla 42 Milliarden Dollar Umsatz macht und die anderen Autokonzerne, die also weniger wert sind als Tesla, machen 1,35 Billionen an Umsatz. Hier hat ein Twitter-Kommentator geschrieben, Expectations are everything in Markets, Erwartungen sind alles in Märkten. Und das ist so ein bisschen ein Beispiel, das auch eben auf diese große Wette der Märkte hindeutet, Erwartungen sind alles und man erwartet, dass sich das irgendwie wieder in Luft auflöst mit dieser ganzen Problematik, Stagflation etc. So wie man eben bei Tesla versucht, das Wunder herbeizusehnen. Gucken wir uns mal die Struktur des Marktes an. Gestern, wie gesagt, sehr, sehr dünne Umsätze, Schwergewichte sind gestiegen. Dann sehen wir hier unten den S&P 500, weiter nach oben gehen, aber wir sehen Advanced die kleinen beim S&P 500, also mithin das Verhältnis zwischen Aktien, die steigen und Aktien, die fallen. Und das hat sich dann im Laufe des Tages, ist das signifikant schlechter geworden. Es sind die Dickfische, es sind die großen Aktien, eine Tesla, eine Apple, die die Märkte eben gezogen haben. Und wir haben ein relativ ähnliches Muster jetzt, was die interne Struktur, den Bread an den Märkten betrifft. Also das Verhältnis von steigenden zu fallenden Aktien, wie kurz vor dem Corona-Crash. Da hatten wir die Situation, dass dann eben auch schon mehr Aktien nicht mehr gestiegen sind oder die Zahl der Aktien, die fallen, gestiegen ist, deutlich gestiegen ist, obwohl die Aktienmärkte insgesamt aufgrund der Schwergewichte noch weiter gestiegen sind. Damals allerdings war es so, dass der S&P 500, der es nicht mehr geschafft hat, seine 50-Tageslinie zu erreichen. Das hat er ja jetzt diesmal geschafft, nach dieser Korrektur. Also das technische Setup einen Ticken besser, aber man sollte das im Mindesten im Blick haben. Eine Grafik von Nesman Hendrik von Northman Trader. Und insgesamt sehen wir, dass jetzt die Rohstoffe weiter im Höhenflug sind. Der gleichgewichtete Commodity Index, also wenn man alle Rohstoffe gleichgewichtet, die in diesem Index sind, dann sehen wir, da haben wir ein neues High, sind wir ausgebrochen nach oben. Das letzte Hoch war 2011 und wir sehen unten mal von Ottavio Costa die zehnjährige Inflationserwartung. Da sind wir möglicherweise auch vor einem Ausbruch. Also da muss in Sachen Inflationserwartung was nach unten gehen, sonst zeigt sich, dass die Märkte hier gegen die Inflation wetten, möglicherweise falsch liegen. Wie gesagt, diese Märkte zeigen, das sieht nicht so aus, als würde die Inflation jetzt zurückgehen. Die Aktienmärkte glauben, das mal sehen wir recht. Hier Commodities, also wenn wir von Rohstoffen sprechen, sehen wir derzeit zum Beispiel schon Probleme bei Kupfer, dass die LMI, also die Londoner Börse, hier nicht in der Lage ist, Future-Kontrakte mit dem physischen Kupfer zu unterfüttern, abzusichern. Das ist eine Situation, die dann dazu führt, dass praktisch der Spread an den Märkten für Kupfer massiv steigt. Also man hat ein gewisses Misstrauen, dass das alles noch irgendwie abgesichert ist. Das zeigt eben den Mangel an Rohstoffen. Ich hatte schon nicht den Mangel an Rohstoffen, aber an verarbeiteten Rohstoffen, ich hatte es schon öfter gesagt, Aluminium zum Beispiel, fast in allen Produkten drin. Da wird die Produktion reduziert, in so vielen Bereichen muss die Produktion reduziert werden, Zink etc., weil eben die Kosten so hoch sind für die Produzenten und damit das Ganze sich durch die Lieferkette weiterfrisst. Wir haben jetzt Zahlen. Wie gesagt, man hat sich letzte Woche so ein bisschen auf die Bankbilanzen fokussiert, die sehr gut waren, hat das Thema Inflation hinten angeschoben. Jetzt kommen wir in eine Berichtssaison, die noch ein bisschen soft anfängt. Also es kommen nicht die Unternehmen, die wahrscheinlich von dieser ganzen Problematik besonders betroffen sind. Aber heute kommt etwa Netflix, morgen kommt Tesla. Das wird spannend. Morgen kommt auch IBM. Also da kommen schon ein paar sehr interessante Unternehmen. Intel kommt dann am Donnerstag. Wir haben American Express am Freitag. Also es geht so langsam los jetzt mit den Unternehmen, die wirklich dann zeigen, wie schaut es mit dem Ausblick aus. Die Märkte werden vor allem auf den Ausblick gucken, was also sagen die Unternehmen, wie geht die Geschäftsentwicklung weiter. Microsoft gestern einer der großen Gewinne, auch ein absolutes Schwergewicht. Jetzt auf Allzeit hoch. Und wir sehen, wenn wir mal die handelbaren Assets an den Märkten vergleichen, dann sehen wir, dass Gold die Nummer 1 ist mit 11 Billionen. Dann kommt der Apple 2,42. Dann kommt Microsoft mit 2,30. Saudi Aramco, Alphabet, Amazon, Silber, Bitcoin, Facebook und Tesla auf Platz 10. Hurra! Also hier sehen wir mal eine Gewichtung. Die amerikanischen Tech-Werte hier extrem dominant in diesem Feld. Wenn es nicht gerade Rohstoffe sind, wie Gold oder Silber, dann oder Bitcoin, eben dann Krypto, dann ist praktisch alles in Tech. Schauen wir uns mal hier die Situation an, was die Fed eigentlich tun müsste. Ich hatte kürzlich schon mal die Taylor Rule gezeigt. Also was eigentlich der Zinssatz der Fed sein müsste nach den Parametern Inflation und Arbeitsmarkt. Über 9%. Und hier sehen wir etwa auch die Jobs Hard to Fill für die kleineren US-Unternehmen. Also Jobs, die schwer zu füllen sind. Und das läuft normalerweise relativ parallel mit dem Zinssatz, mit dem Leitzins der Fed. Der ist allerdings bei 0. Während eben auch dieser Parameter hier anzeigt, dass die Zinsen eigentlich in den USA zumindest deutlich höher sein sollten. Aber das würden dann die Investoren nicht besonders gutieren. Würden sagen, da haben wir keine Lust drauf. Wir sehen, dass jetzt in 2021 schon so viel Geld in die Aktienmärkte geflossen ist, wie noch nie ever before. Und wir haben ja noch ein bisschen in diesem Jahr. Also da kann noch einiges kommen. Also alle sind drin. Da kann man jetzt nicht sagen, dass diese Rallye sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, sondern da sind alle dabei. Der Dip der letzten Woche, den wir gesehen haben, der ist vor allem von US-Privat an Investoren wieder gekauft worden. Aber nochmal zurück zur Energiethematik und zu China. Das ist hier das nächste Thema. Möglicherweise sind wir in einer Situation, die schlimmer ist als in den 1970er Jahren. Damals ja die OPEC im Prinzip. Die Verkäufe gedrosselte an die westlichen Länder. Als man sich dann geeinigt hat, war das Problem behoben. Hier kann man sich mit niemand einigen, weil die ganze Geschichte so komplex ist, dass nicht einer sagen kann, ja okay, dann geben wir euch wieder was. Ja, die Russen haben eine gewisse Macht. Putin hat eine gewisse Macht. Aber er kann eben auch nur das verkaufen, was er hat. Und da gibt es eben auch starke Nachfrage. Also wir sind in einer anderen Situation. Möglicherweise ist diese Situation in Sachen Energie problematischer als in den Stagflationszeiten der frühen 70er Jahre. Aber wie gesagt, die Märkte, die wischen das Komplette beiseite. Und sie wischen auch die Schwäche Chinas beiseite. Wir hatten ja kürzlich das BIP oder die Zahlen. Insgesamt Industrieproduktion, all diese Dinge. Außer China ja relativ schwach. Und wir sehen eine Analyse der Bank of America, die sagt also, das chinesische BIP ist wichtiger für die US-Unternehmen im S&P 500. Das sind ja fast alles global agierende Unternehmen. Als das amerikanische BIP. Das zeigt, dass auch die Amerikaner eben sehr abhängig sind von internationalen Entwicklungen. Wenn China ein Problem hat, dann hat Deutschland ein Problem, weil Deutschland eben viel verkauft an China und viel importiert aus China. Das kriegen wir derzeit mit. Wenn Sie ein Handy online bestellen, dann werden Sie teilweise die Nachricht kriegen können. Leider jetzt nicht liefern, wissen nicht, wann das kommt. Oder andere Produkte. Das ist derzeit ja das große Thema. Und wir sehen, dass jetzt in China die Temperaturen massiv runtergegangen sind. Man hat eine Art frühen Winter. Man hat frostet teilweise in einigen Provinzen. Und einige Provinzen wie Shang-Chi, die haben jetzt Verträge geschlossen mit anderen Provinzen, um ihre Energieversorgung irgendwie noch gewährleisten zu können. Also da geht es durchaus ab. Und wir sehen, dass etwa der Kohlepreis weiter explodiert in China. Jetzt wurden Unternehmen angewiesen, möglichst Kohle irgendwie zu horten. So es denn geht. Dementsprechend steigt eben der Preis für Kohle massiv nach oben. Und das sind also Dinge, die derzeit hier stattfinden. China versucht mit allen Möglichkeiten, sich die Ressourcen noch zu sichern, um den Winter irgendwie zu überstehen. Wir sind da ein bisschen hinten dran. Aber das macht ja nichts. Und insgesamt sehen wir, dass wir letztendlich weit hinter den Erwartungen sind, was eigentlich alternative Energien betrifft. Hier sehen wir, dass Öl noch einen so wichtigen Bestandteil der globalen Energieversorgung betrifft. Das muss weniger werden. Dazu müssen aber vor allem Solar-, Wind- und Batterie-Energiesysteme massiv ausgeweitet werden. Dass das funktioniert, ist bisher nicht absehbar. Also muss man irgendwie die Lücke füllen, muss irgendwo etwas tun, damit diese Kluft nicht zu groß wird. Ja, Kluft ist hier genau das richtige Stichwort. Die Kluft zwischen der Wirtschaft, zwischen dem, was wir eigentlich hören, und was wir sehen, worüber wir sprechen und dem, was an den Märkten eingepreist ist. Die ist gigantisch. Und mein Kollege Wolfgang Müller, wie gesagt, hat da eine sehr differenzierte Analyse gemacht. Ja, wo sind die Punkte? Was würde passieren, wenn? Dementsprechend kann ich diesen Artikel nur anempfehlen, meine Damen und Herren. Ich packe ihn wieder unter das Video. Schauen Sie sich das an. Das ist wirklich ein großer, guter Rotumschlag über die Situation an den Märkten. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Start in diesem Dienstag. Ich sage Servus und Ciao.